Es gibt einen Ort, an den sich Dostoyevsky immer sehr gerne erinnert hat, Zeit seines Lebens. Das ist das Gut seiner Eltern in Darawoye, mit den wärmsten Erinnerungen, sagt er. Und wir sind hier in Darawoye, ein kleines Hausmuseum. Wir kommen hier in das Zimmer seiner Eltern, Kabinett, das man versucht hat, in dem Stil der alten Zeit darzustellen. Und hier sieht man seine Eltern, Maria Fjodorowna und Michael Andrejevich. Michael Andrejevich war Arzt, hat zuerst dem Heer gedient und als er dann aus dem Heer ausgeschieden ist, hat er im Marinski-Spital in Moskau gewirkt und für Arme gesorgt. Nicht unter den Reichen, sondern unter den armen Patienten. Er wurde dann für seine Arbeit geadelt und hat es als seine Standespflicht empfunden, sich ein Gut zu kaufen. Und man hat hier lange gesucht und schließlich das Gut in Darawoye gefunden. Das ist ungefähr zehn Kilometer von Sarajsk entfernt. Sarajsk ist südöstlich von Moskau. Dieses Haus, Museum, Domusé, drückt sehr schön aus. Die Einfachheit des Lebens einer armen Adelingfamilie, muss man sagen, also nicht sehr wohlhabenden. Kurz nachdem sie eingezogen sind, 1831, ist das Gut abgebrannt, 1832. Und alle 77 Leibeigen, die gelebt haben, haben auch ihre Häuser verloren. Deshalb hat die Familie beschlossen, jeder Familie, es waren elf Familien, 50 Rubel zu geben. Das war damals eine große Summe, damit sie ihre Häuser wieder aufbauen. Fjodor Mikhailovic war ein ängstliches Kind. In diesen vier Jahren hier gelebt hat, hat er immer wieder Angst gehabt, übers Feld zu gehen, berichtet er selbst, und zwar in der Erzählung Moujique Marais. Und da war ein alter Mann, der hat ihn ermutigt. Er hat sich immer gefürchtet vor den Wölfen. Und er konnte erstes Mal alleine über das weite Feld laufen. Und da war ein Teil, der hat ihn so quieren feine. Und er hat sich immer gefürchtet. das war ein alter Mann, der hat er sich noch nie mit den 2000er Mann. Und da war ein alter Mann! Und da war ein alter Mann. Und da war ein alter Mann. Anfänger, der ist es nicht so gut wieder. Vielen Dank.